Und, was sagst du dazu? Ja, was sagst du denn, du dazu? Ja, genau. Also. Okay. Natürlich auch. 132 ist schon so. Wahnsinn. 130, wenn du siehst. Wie heißt du? Jens. Der Jens. Und wie heißt du nochmal? Daniel. Der Daniel. Aha. Und wie heißt denn du da? Nicht schon wieder essen? Und meine Sitzung ist der Schröder Dieter. Ja, genau.